So, jetzt hat das Video gestartet. In dieser Sekunde startet das Video. Sag ihr etwas Positives? Das Wetter scheint uns zu mögen und der Seiger scheint uns zu lernen. Aha, alles Schein und Rauch. Ja, ja. Ihr Schlauch. Wir befinden uns hier bei Stamms Race Camp in Almaria. Wie ihr seht, ist die Box leer. Ja, und warum? Weil alle beim Essen sind. Jetzt sind sie brav. Diese Leute wollen alle noch besser Motorradfahren lernen, was ja die Freunde zu Hause am Wirtshaus Stammtisch für unmöglich halten, oder? Michi, was sagst du dazu? Ja. Mahlzeit. Ist gut? Ja, ich bin auch gemessen. Ich auch. Essen Sie mir schon alles weg? Ja. Jetzt sag einmal. Komm, sofort. Jawohl, sofort. Das sind schnellverderbliche Lebensmittel, da muss man ganz schnell essen. Ja, er hat ja alle gegessen bis jetzt. Alles, was wir bis jetzt zum Essen gehabt haben, hat dieser Mensch da drinnen. Du bist so gemein. Dabei habe ich heute nicht einmal zu Mittag gegessen. Ja, heute. Heute. Ja, heute. Einfach Frühstück, oder? Nein, ich hatte viel zu Magen. Ah ja, gut. Jetzt sind wir im Ghetto des Stamm Racing Camps. Ich erkenne mich gleich am Ghetto-Plaster. MV Booster-Abteilung. Jetzt zeig einmal. Achtung, still halten. Ah, schön. Rui bien. Schöner wie der Döv. Brutal. Ich denke, da ist einer unglücklich mit seiner R1. Das Traurige daran ist, dass sie trotzdem keiner will. Ich habe noch keine vorgekommen. Nein. Ist zu schwer. Die meisten Anhänger gehen nur bis 400 Kilo. So eine schöne Box. Philipp? Hä? Du heißt aber jetzt Philipp. Das heißt ja der Zappel-Philipp. Zappel-Philipp. Okay, gut. Oder du da erzählst. Ja, oder? Du hast eine R1 ausgeschrieben, Schnäppchen zu verschenken. Stimmt dich das nicht bedenklich, dass sich noch niemand gemeldet hat? Die spitzenmäßige Küche müssen wir auch einmal filmen. Monsieur Haas verdoppelt sein Gewicht in einer Woche. Alle sind schon aufgeregt. Ja. Ich habe auch schon viele aufgeregte Schweine gesehen, weil mein Vater war Metzgermeister. Das ist ein Tattoo-Gördl. Das ist ein Tattoo-Gördl. Das ist ein Tattoo-Gördl. Videostein. Videostein. Ja, das ist Stamm-Racing-Swood. Mit allen Schweinereien. Bist du schon nervös? Ja, super. Nein, nein. Der einzige, der mit einer Urinflasche fährt. Er kommt nicht rein zum Piesel. Nein, er fährt weiter. Nummer 2-0-1. Siegverdächtig, Siegverdächtig. Du hast wirklich einen Sitz auf deinem Motorrad. Und ich glaube, bei den Rundenzeiten fährt man mit Liege. Ja, normalerweise bin ich auf der Batterie. Die Aufregung. Spezialtricks. Transponder an der Schwinge. Wie funktioniert das? Die B-Line ist open. Ihr müsst ein bisschen Gas geben. Es geht los. Du nicht nervös werden. Es geht los. Rüge Flagge. Sonic Almeria. Aber was wird das Wetter machen? Stark bewölkt. Und auf der anderen Seite stark sonnig. Da fahren sie raus. Die Jungs vom Stamm-Racing-Swood. Mein Gott, bin ich nervös. Jetzt hast du Freude. Jetzt bist du doch nicht umsonst da. Er ist extra mit der Yamaha angereist. Weil er glaubt, er muss dann nichts tun die ganze Woche. Aber jetzt muss er doch noch was machen. Zwischendurch mal was wichtiges. Was gibt es zu Nacht? Das glaub ich ja gar nicht. Das glaub ich ja gar nicht. Siehst du's? Nicht einmal die Köchin weiss es. Typischer Rennfahrer, he? Aber es ist natürlich klar, dass ich ein bisschen unsicher bin. Und los geht's. Ja, das ist schon. Ich weiß nicht. Die Whare? Ja, ja. Jawohl. Du bist froh, haben sie abgebrochen. Ich habe schon gesehen, dass du konditionell ein bisschen eingebrochen bist. Aber ich will jetzt nehmen, oder? Nein, du bist fertig für heute. Ja. Machen sie dich fertig zum Restart. So, erster Wechsel im Team geht's noch. Ich gratuliere. Danke schön. Mir gratulierst du nicht. Ich sehe nichts. Die Piraten von Michi schauen sie das. So, alles fertig fürs Rennen. Alles fertig fürs Rennen. Alles fertig fürs Rennen. Jetzt wollen wir eine Zeit unter 50 sehen. Jetzt wollen wir eine Zeit unter 50 sehen. Ja. Total unerwartet wird jetzt die Führung übernehmen. Jawohl. Und die anderen zwei, die beißen sie jetzt fest. Die machen einen kleinen Angriff und unterstützen. Jetzt. Jetzt war ich eben alles selbst. Weg wäre alles. Der Haar ist jetzt schon geschnackt. Ja, ich bin nicht merken. Sie machen. talked an... Ach. Das war's. Das ist trotzdem. Die Pernasche hochkirchen. Hört. Wird hierher. Da kommt er schon! Schrenze mal ein Rad, weil ich uralte Suzuki. So gut könnte ich mehr lesen ja sein. Die Siegertypen, die schauen so aus. Wie der Minidu. So rot. Nein, hättest du dir was ausgemacht, wenn es noch 10 Minuten gingen wär? Ja, nein. Wäre schon geil, ja. Wäre geil gewesen, gell? Hätte ich wahrscheinlich nicht gewonnen, aber... Jetzt haben Sie mal richtig Glück gehabt, bist du nicht mitgefahren, he? Ja. Das wäre eine 41 Fahrer und nicht 42. Ihr seid jetzt gleich faule Rennfahrer wie ich. Hätte schön mitfahren können, oder? Ja, wir hätten auch die abgelogen, oder? Ja. Das stimmt, gell? Wir sind die coolsten. So der Meister, so die... So können wir kein Rennen verlieren. In dem wir nicht mitfahren. Genau, genau, so hätten wir gedacht. Und auf Platz 1 haben wir den Michi Stamm mit 1,42. Auf Platz 4, den Urs Haas. Mein Haasi. Auf dem Platz 2 mit 1,43,5,3,6, den Lars Van Franky. Bravo Lars! Ja, Michi, bist du nervös? Und auf Platz 1, den Michael Eigenmann. Bravo! Michael schattiert jetzt, jetzt packt ihn der Ehrgeiz. Roman, weißt du überhaupt, warum du in die Ideen fährst und nicht der Michi? Er hat es mir jetzt gesagt, nur weil du nicht schrauben kannst. Okay, so schön. So, jetzt packt ihn Sack. Der Wiß hat es mir jetzt was. Aus. Da wurden's eine Lecker in... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Das war jetzt nicht zu sehen. Immer wieder haben, was wir, am liebsten. Wir haben einen neuen Bereich, am liebsten. Wir sind in der Näheira.